Vielen Dank für die Einladung. Es ist ganz toll, dass wir wieder hier sein können und mit so vielen engagierten Menschen zusammen auf dieser Tagung sind. Wir wollen jetzt einen kurzen Impuls geben, der vielleicht im besten Falle so einen Rahmen darstellt für all die Themen und Expertisen, die wir innerhalb von diesen zwei Tagen versammeln können und vielleicht auch so ein paar Impulse gibt für die Diskussion, die uns dann sicherlich umtreiben werden in den nächsten Tagen. Ganz am Anfang nochmal, genau, muss ich mal kurz weiter pointen. Kann ich das hier vorne machen oder, ja? Perfekt, jetzt. Okay, wahrscheinlich muss ich so ein bisschen in die Richtung. Genau, danke. Ganz am Anfang nur nochmal kurz, wenn wir uns mit Antifeminismus beschäftigen, stehen wir immer vor der Herausforderung, auch nochmal zu klären, was ist eigentlich genau unter diesem Phänomenbereich gemeint. Und Sandra hat das vorhin schon so schön angesprochen, dass Begriffe auch immer flexibel für die Praxis sein müssen. Und genau, trotzdem haben wir aus unserer Perspektive immer den Wunsch auch zu gucken, wie können wir Sachen voneinander abgrenzen, wie können wir reflektieren, worüber wir da gerade eigentlich genau reden. Und dann kommen wir immer, stehen wir immer vor der Aufgabe zu gucken, wie hängt Antifeminismus mit Sexismus und Misogynie zusammen und was trennt das aber auch voneinander. Dabei ist uns allen sicherlich klar, dass Antifeminismus auf Misogynie und Sexismus basiert und das ganz grundlegend dafür ist. Das heißt einerseits auf so einer Vorstellung einer ontologischen, wie Ute Planert das ausgedrückt hat, Minderwertigkeit von Frauen, die verbreitet ist in patriarchalen Gesellschaften. Und andererseits immer wieder diesen Resskurs auf vermeintlich natürliche biologische Unterschiede zwischen den Geschlechten und der Vorstellung davon, dass der Mann überlegen wäre. Und auch so eine Idee davon, Caden Mann hat das in ihrem Buch Misogynie ausgeführt, dass es ein legitimes Straf- und Kontrollbedürfnis gegenüber Frauen gibt, die sich nicht entsprechend der Rollenerwartungen verhalten. Antifeminismus geht dann, oder was den besonders macht, ist sicherlich vor allen Dingen seine starke politische Ausrichtung und Zielsetzung und dass er sich vor allen Dingen gegen Emanzipationsbestrebungen richtet und dabei sowohl eine politische Ideologie beinhaltet, also eine Form von Weltanschauung bietet, als auch ein Ressentiment, das heißt eine psychologische Verarbeitungsweise. Und das macht ihn sicherlich auch so attraktiv und so gefährlich, dass er beides anbietet, Leuten, die antifeministische Einstellungen teilen. Das klicke ich einmal kurz durch. Genau, dabei ist der Antifeminismus, das wissen wir auch, weil der hat eine lange historische Geschichte in Deutschland seit über 100 Jahren, eine durchaus wandlungsfähige Ideologie. Das heißt, er passt sich immer wieder den aktuellen feministischen Kämpfen und Bewegungen an und reagiert auf diese und reagiert aber auch auf gesellschaftliche Verhältnisse, weil es ist eine Verarbeitungsweise von gesellschaftlichen Widersprüchen. Genau, was aber immer zentral ist, ist, dass eine hierarchische, vermeintlich natürliche Geschlechterordnung verteidigt wird und das einhergeht mit normativen Vorstellungen in Bezug auf Geschlecht und Sexualität, damit eine heterosexuelle männliche Vorherrschaft zu verteidigen und eine heterosexuelle Kleinfamilie. Was den Antifeminismus besonders macht, ist, dass er mit Bedrohungsszenarien arbeitet und die immer wieder aufruft und er gleichzeitig für diese Bedrohungsszenarien einen Umgang anbietet, indem er Feindbilder konstruiert und man der Bedrohung Herr werden kann, indem man diesen Feindbildern gegen die kämpft, sich gegenüber denen ermächtigt. Das heißt, die Feindbildkonstruktion ist zentral dabei und die wiederum legitimiert auch Gewalt, was den Antifeminismus so gefährlich macht. Ganz vorne stehen dabei in den Feindbildern Feministinnen, Transpersonen und homosexuelle Personen. Genau, es geht aber natürlich darüber hinaus. Und was wichtig ist, das wurde auch schon angesprochen, wir haben es mit einer intersektionalen Ideologie zu tun. Das heißt, es gibt sehr enge Verknüpfungen zu anderen Formen von Menschenfeindschaft. Ganz vorne mit dabei ist eine rechtsextreme Ideologie, der christliche Fundamentalismus. Das sehen wir immer wieder, das sehen wir auch in Sachsen. Dazu wird es gleich auch noch ein bisschen mehr geben in Bezug auf den Erzgebirgskreis. Genau, religiöser Fundamentalismus, Antisemitismus, das ist eine historisch gewachsene, sehr enge Verbindung, die wir auch aktuell wieder sehr deutlich sehen in Bezug auf Transfeindlichkeit. Transfeindlichkeit, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und was dem Ganzen so unterliegt, ist eine Verbindung zur autoritären Einstellung. Das ist ja auch so ein bisschen unser Schwerpunkt in Bezug auf die Leipziger Autoritarismusstudie. Dazu auch noch gleich was. Wenn man jetzt also versuchen würde, das in eine Definition zu packen, dann könnte man sagen, Antifeminismus ist ein wandlungsfähiges Ressentiment gegen feministische Emanzipationsbestrebungen. Dabei verteidigen antifeministische Ideologien eine vermeintlich natürliche patriarchale Geschlechterordnung und traditionelle Geschlechtervorstellung und stehen in enger Verbindung mit anderen Formen von Menschenfeindlichkeit. Und Feminismus fungiert dabei sowohl als ein Feindbild, um gesellschaftliche und persönliche Probleme zu bearbeiten. Das ist diese Funktion des Ressentiments. Der Ressentimentbegriff, der kommt oder hat so seine Ursprünge in der Moralphilosophie von Nietzsche, der hat das mal bezeichnet als so heimlichen Groll. Irgendwas, was man so in sich aufstaut, was eigentlich ein Resultat ist aus einer persönlichen Kränkungserfahrung. Und insgesamt so ein Gefühl, dass man unterlegen ist, dass man neidisch ist auf andere Personen, das heißt genau, es ist so ein Gefühl der diffusen Abneigung, die auf einem Unterlegenheitsgefühl basiert und was immer wieder reaktiviert werden kann und sich gegen unterschiedlichste Feindbilder richten kann. Ich finde gerade diese Frage von Unterlegenheitsgefühl ist vielleicht auch nochmal für die Verarbeitung von ostdeutschen Sozialisationserfahrungen oder so Nachwendererfahrungen durchaus ein wichtiger Hinweis. Aber genau, insgesamt ist das auch so ein bisschen unser Schwerpunkt, sich zu fragen, welche psychologische Attraktivität besitzt der Antifeminismus. Und warum? Und als Feindbild erlaubt das dann halt eben, gesellschaftliche und individuelle Widersprüche zu personalisieren und zu verarbeiten. Jetzt nochmal ganz kurz, die Zahlen werden sehr viele von euch kennen, nur um das mal kurz anzuteasern, weil in ungefähr zwei Wochen erscheint die neue Leipziger Autoritarismus-Studie. Genau, das heißt, dann werden wir auch wieder ganz aktuelle Zahlen mitbringen können. Aktuell dürfen wir aber noch nichts davor weggreifen. Tut mir leid. Genau, sondern wir haben hier nochmal die Zahlen von 22. Einfach nur, um das mal kurz aufzurufen. Das ist eine bundesweite repräsentative Bevölkerungsbefragung. Und wir sehen da die Verbreitung von antifeministischen Einstellungen 2020 und 2022, also die beiden Befragungszeiträume, die es bisher gab, und sehen in dem Zeitraum auch einen Anstieg von 19 auf 25 Prozent. Das heißt, für den Zeitraum 22, dass genau tatsächlich einfach jeder vierte befragte Person antifeministischen Aussagen mehrheitlich zustimmt. Wir haben dabei immer so einen leichten Männerüberhang und trotzdem sozusagen sehen wir, dass es nicht nur ein Männerproblem ist, sondern auch Frauen diese Einstellung durchaus, dass für die eine Attraktivität besitzt. Auch dazu kommen wir gleich nochmal. Das haben wir eben auch schon angesprochen. Es geht immer um eine Brückenideologie. Hier werden verschiedene menschenfeindliche Einstellungsmuster miteinander verbunden. Ganz in den Zahlen jetzt hier sichtbar, ganz vorne ist dabei tatsächlich der traditionelle Antisemitismus und die Homophobie. Transfeindlichkeit spielt auch eine zentrale Rolle. Da muss man zu den Zahlen hier sagen, dass es hier nur mit einem Item erhoben wurde und wir jetzt auch in den neueren Zahlen da auch nochmal neue Zahlen zu Transfeindlichkeit mit und neue Items mit aufgenommen haben. So viel vielleicht schon mal vorweg. Und diese zentrale Verbindung, das ist uns auch allen klar. Und das müssen wir und vor allen Dingen auch die Akteure aus der Praxis ja immer wieder erleben, diese zentralen Verbindungen in die extreme Rechte. Die Korrelation ist hier tatsächlich sehr, sehr hoch zwischen Antifeminismus und extrem rechten Einstellungen, aber auch im Bereich Verschwörungsmentalität. Und das erklärt auch so ein bisschen diese starke Verbindung zum Antisemitismus, weil Antifeminismus ganz zentral mit Verschwörungsnarrativen arbeitet. Genau. Ja, damit übergebe ich an Charlotte. Genau, also Johanna hat ja jetzt gerade ein paar Zahlen vorgestellt, die einigen vielleicht auch bekannt sind. Ich würde jetzt mal so einen kleinen Schwung rüber machen in die Erscheinungsformen. Und vieles, was die quantitativen Erhebungen nahelegen, das sehen wir eben auch auf der Straße, in den Behörden im Internet, das sind jetzt so ein paar Schlaglichter, die wir werfen wollen, auf einzelne Phänomene, die hier auch dann nochmal in den Vertiefungsangeboten näher beleuchtet werden. Und wir gehen davon aus, dass ExpertInnen für die einzelnen Bereiche jetzt hier auch überall sitzen. Aber wir fanden es wichtig, das einfach trotzdem nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, wo wir überall Antifeminismus finden. Genau, beginnen wir mit Angriffe auf Gleichstellung. Also in Studien zeigt sich da sogar eine Zunahme von Angriffen auf Gleichstellungsbeauftragte. Und die Diffamierung von Gleichstellungsarbeit wird dann eben manchmal begründet mit so einer Männerbenachteiligung, wo auch schon dieses Ressentiment drin steckt. Genau, das Zitat, was wir jetzt hier auf der Folie haben, kommt aus dem zivilgesellschaftlichen Lagebild Antifeminismus 2023 der Amadeo Antonio Stiftung und illustriert einfach nochmal, wie sich Angriffe hier auf konkrete Personen, zum Beispiel auch über Cybermobbing richten. Genau, aber es richtet sich auch im Allgemeinen auf politische Strukturen, Institutionen und eben die Forderung nach Gleichstellung. Genau, das nächste Beispiel wäre Angriffe auf reproduktive Gerechtigkeit oder eben die Forderung nach reproduktiver Gerechtigkeit. Da ist ja auch noch viel zu tun und dennoch bilden sich da antifeministische Mobilisierungen, wie zum Beispiel hier aus Sachsen ein Beispiel, der Schweigemarsch für das Leben, wo sogenannte LebensschützerInnen regelmäßig eigentlich für ein stärkeres Verbot der Abtreibung auf die Straße gehen. Es gibt aber auch einen starken Gegenprotest und ja, auch feministische Versuche sozusagen, die Rechte da weiter voranzubringen. Genau, und hierin liegt jetzt nochmal spezifisch eher so ein christlich-fundamentalistischer oder mit einer göttlich gegebenen Geschlechterordnung und dann auch so eher so dieser Bereich des Antifeminismus, der in traditionelle Rollenvorstellungen und so eine heterosexuelle Kleinfamilie geht. Da gibt es sowohl so Übergänge vom christlich-fundamentalistischen auch wieder ins Rechtsnationale. Genau, da findet sich auf jeden Fall auch in Studien- und Forschungsauseinandersetzung einiges. Genau, das nächste wäre das Thema Gewaltschutz, auch ein ganz wichtiges feministisches Thema, was aber auch stark umkämpft wird, immer wieder durch die Abwehr von der Notwendigkeit des Themas. Und da haben wir jetzt auch wieder hier ein Beispiel aus Sachsen genommen. Das ist ein Foto aus Aue, aus dem Erzgebirgskreis, wo eine Online-Petition überreicht wird vom Landesfrauenrat Sachsen, die sich für eine Frauenschutzeinrichtung im Erzgebirge stark gemacht haben oder stark machen. Genau, und das ist auch so ein Beispiel dafür, wie in Deutschland auch so internationale Beschlüsse wie der Istanbul-Konvention, das ist ein Übereinkommen, das vielen hier sicherlich auch bekannt ist, zur Prävention von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, wie das sozusagen irgendwie durch, ja, einfach regionalpolitische Spezifika immer wieder verhindert wird, im Erzgebirge zum Beispiel dadurch, dass behauptet wird, dass die Notwendigkeit nicht gegeben ist für den Frauenschutz oder Gewaltschutz. Genau, dann machst du weiter. Nächstes Phänomen. Ah ja. Ja, danke. Genau, eine Verbindung, die auch keineswegs neu ist, aber aktuell nochmal in Mobilisierung sich sehr stark zeigt und unter anderem auch in den AfD-Kampagnen eine stärkere Bedeutung findet, ist Queer- und Transfeindlichkeit. Hier jetzt zu sehen einmal ein Plakat der Kampagnenaktion der AfD Sachsen, was sie im vergangenen Jahr genau gelauncht haben, diese Kampagnenaktion. Vorsicht, Genderwahn im Stundenplan und unten sieht man ein Plakat von der AfD in Bayern, die da gegen eine Lesung von einer Drag-Künstlerin protestieren wollten, indem sie dieses Plakat entworfen haben. Wobei man da besonders sagen muss, dass sich hier auch in der Bildsprache ganz zentral diese Verbindung zum Antisemitismus zeigen. Also so eine Figur, die von hinten eine Bedrohung darstellt und so die Hände ausstreckt in Richtung der Kinder, die hier bedroht sind. Und das erinnert sehr stark an so Nazi-Propaganda aus den 30er Jahren. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall was wieder oder war, besser gesagt, einfach noch nie weg. Genau, was insgesamt hier so die zentralen Narrative sind, das kennt ihr auch, ist diese Diffamierung von sexueller Bildung, die als Frühsexualisierung von Kindern zu begreifen und damit auch so ein Bild zu entwerfen, als dass es kindliche Sexualität gar nicht gäbe. Das zeigt auch wieder auf so Konflikte oder Schwierigkeiten damit auch umzugehen, mit kindlicher Sexualität. Ganz stark verhandelt wird das Thema Pädophilie, in dem Queere und Transmenschen unterstellt wird, dass sie pädophil wären und damit Kinder gefährden würden. Da sehen wir auch, dass das Thema Gewalt, auch Gewalt gegen Kinder, hier einfach in der Form bearbeitet wird, indem man ein klares Feindbild hat, also ein Phänomen, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen, einfach hier genau zugewiesen wird an vermeintlich verantwortliche Personen dafür. Und diese Idee einer Diktatur, einer Gender-Diktatur, die man aufoktroyiert bekommt und gegen die man sich erwehren müsste. Wie sehr, oder dazu vielleicht auch nochmal eine bisschen tiefergehende Analyse, wir haben von dem FB einen Digitalreport rausgegeben, da beobachten, das ist einfach ein Monitoring von rechten Telegram-Kanälen und Gruppen, das haben wir im letzten Jahr mal spezifisch für Antifeminismus und Queerfeindlichkeit gemacht, da kann man das dann auch nochmal ein bisschen spezifischer, auch für Sachsen nachvollziehen. Und wie erfolgreich diese Kampagnenarbeit ist oder wie sehr dieses Thema auch verfängt, mussten wir dann in diesem Jahr nochmal stärker auch auf der Straße sehen, im Rahmen der rechten Mobilisierung gegen den CSD in Sachsen an unterschiedlichen Orten. Die Bilder sind euch sicherlich noch bekannt. Relativ erschreckend war ja dann Bautzen, so ein bisschen als der Auftakt mit 700 Neonazis, aus so einer rechten Jugendkultur, die sich da vor allen Dingen von den jungen Nationalistinnen, aber auch so von den Freien Sachsen und den Dritten Weg, also sehr bekannte Neonazi-Akteure haben mobilisieren lassen und die das dann auch sehr gefeiert haben, dass sie jetzt schaffen, gerade so eine rechte Jugendbewegung an den Start zu bringen und man das dann medial ja auch sehr viel gesehen hat mit so einer Frage von, haben wir es gerade mit einem Rechtsruck unter den Jugendlichen zu tun und was sind dafür eigentlich die Gründe? Auch dafür wäre ich sehr stark dafür, von Kontinuitäten zu sprechen und gleichzeitig haben wir natürlich spezifische gesellschaftliche Umstände, die das begünstigen und damit würde ich auch nochmal weitergeben. Genau, als letztes haben wir jetzt noch ein Beispiel, was vielleicht gar nicht so offensichtlich oder vielen hier vielleicht schon, aber was zumindest nicht so, okay, also vielleicht eher so ein bisschen aus dem popkulturellen Spektrum kommt und das haben wir ausgewählt, weil es aus unserer Perspektive nicht weniger relevant ist, sich auch solche Phänomene anzuschauen, die sozusagen den kulturellen Boden oder auch irgendwie so symbolisch sind für, ja, das, was, ja, so einen Backlash oder irgendwie so die Sehnsucht nach traditionellen Frauenrollen als auch ein Motiv der extremen Rechten, aber eben auch sehr stark in der Alltagskultur zugänglich ist und deshalb haben wir hier, ja, exemplarisch Bilder von einer Treadwave, einem Stay-at-home-Girlfriend und einer Gottfluencerin mitgebracht und ich, das ist alles zu finden auf Social Media, also TikTok, YouTube und Instagram und ich würde nochmal kurz auf die Gottfluencerin außen rechts eingehen, das ist Jana Highholder mit rund 70.000 FollowerInnen bei Instagram und sie vermittelt eben, so wie die anderen auch, eine traditionelle Frauenrolle und orientiert sich dabei an der wörtlichen Auslegung der Bibel. Was jetzt vielleicht so ein bisschen das, ja, skandalöse ist, dass ihr Account von April 2018 bis Juni 2020 von der evangelischen Kirche gefördert wurde und, genau, jetzt hat sie sich so ein bisschen gelöst aus der Förderung der evangelischen Kirche und, ja, verbreitet einfach, ja, zusammen unter anderem mit Jasmin Neubauer, die hier auch zu sehen ist, neben Jana Hochhalter, genannt Highholder, in dem Podcast Jana und Jasmin und hier auf der Textkachel ist eben zu lesen, such dir einen Mann aus, der deiner Unterordnung würdig ist und im Hintergrund des Fotos der beiden InfluencerInnen liegt dann bei Instagram ein Audio hinterlegt, in dem die beiden, ja, so eine wörtliche Bibelauslegung machen und, ja, eigentlich so eine reaktionäre Hierarchie zwischen Ehefrauen und Männern bewerben und damit eben auch eine Zielgruppe ansprechen, die, ja, die Social Media nutzt. Jasmin Neubauer, also vielleicht nochmal so ein Side-Fact, hat übrigens auch mit dem ganz klar rechtsradikalen Influencer Ketzer der Neuzeit einen queeren Gottesdienst gestört und, also da gibt es auf jeden Fall auch sehr offensichtliche Verbindungen, aber ich denke, es ist nicht notwendig, dass es diese Verbindung gibt, weil das an sich auch schon als Phänomen, ja, vielleicht für so eine Symptomatik steht, die so ein antifeministisches Klima auch online, ja, befeuert oder, genau. Und jetzt komme ich zu unserem letzten Abschnitt, das ist so ein bisschen mehr so die sozialpsychologische Deutung des Ganzen. Genau, jetzt sind wir nämlich bei Antifeminismus als Krisendeutung. Genau, wir verstehen Antifeminismus im Großen und Ganzen als einen Umgang mit gesellschaftlichen Krisen, Konflikten, auf die feministische Bewegung und auch demokratische Bewegung hinweisen und es ist so ein bisschen so eine Abwehr, sich eigentlich wirklich mit dem Kern der Krisen und Konflikte zu beschäftigen und dann eben einen Ausweg in so autoritären Rückzugsangeboten zu finden, wie zum Beispiel einer traditionellen Frauenrolle als dem, was einen dann aus den Krisen rausbringt. Genau, ich würde jetzt, weil die Zeit auch, glaube ich, schon ein bisschen vorangeschritten ist, direkt mal weitergehen zur Vorstellung von unserem Forschungsprojekt im Erzgebirge. Da gibt es nämlich tatsächlich auch ein paar ideologische Parallelen zwischen dem, was wir gerade aus dem Internet gesehen haben und dem, was wir vor Ort bei unserem Forschungsprojekt vom FB erfahren haben. Genau, wir haben dort ein Forschungsprojekt durchgeführt mit verschiedenen Gruppen und zwar haben wir da Teilnehmende aus den, ja, so klassisch feministisch erkämpften Bereichen eigentlich geführt. Da waren Teilnehmende aus den Bereichen Frauengewaltschutz, Schwangerschaftskonfliktberatung, demokratisch engagierte Frauen und eine Gruppe Jugendlicher aus einer christlichen Gemeinde. Und genau, wir haben die einfach gefragt, wie sie so generell die Demokratie wahrnehmen, aber auch vor allem so geschlechterdemokratische Auseinandersetzungen, wie sie Proteste vor Ort wahrnehmen. Und was deutlich wurde, war, dass es so ein bisschen so ein, also, das ist jetzt sehr knapp heruntergebrochen, die Antworten waren natürlich sehr unterschiedlich, aber was uns aufgefallen ist, ist, dass es teilweise so eine Tendenz dazu gab, auf die Frage nach Geschlechterdemokratie erst mal mit einer Erzählung über den Sozialraum und den Schwibbogen und die Region zu antworten. Und da wurde sozusagen auch deutlich, dass der Raum vielleicht auch fehlte, sich mit der Region an sich auseinanderzusetzen. Und dass dann Antifeminismus als Abwehr von, das können wir uns jetzt nicht auch noch hier, damit können wir uns nicht auch noch beschäftigen, stattfand. Ich merke gerade, dass ich so ein bisschen versuche zu verkürzen, was hier doch noch mehr Komplexität braucht. Wir haben auf jeden Fall diese Studie versucht, jetzt noch mal zusammenzufassen in einem Sammelband, wo wir auch noch andere Texte zu dem Bereich Provinzialität und Antifeminismus zusammengefasst haben, wo es sozusagen so ein bisschen um die Frage geht, ist Feminismus als ein Großstadtphänomen zu fassen und ist Antifeminismus nur auf dem Land zu finden. Das ist natürlich nicht so. Und dieser Sammelband wird 2025 bei Transkript erscheinen, wo auch das Erzgebirgsprojekt noch mal ein bisschen ausführlicher dargestellt wird, als jetzt hier die Zeit auch reicht. Das sind auf jeden Fall sehr spannende Ergebnisse. Dann komme ich jetzt noch mal zu unserer letzten Folie. Und zwar haben wir hier noch mal so ein bisschen diese Metaperspektive, Antifeminismus als autoritäre Konfliktabwehr. In unserer Forschungsgruppe am FB sehen wir eben Antifeminismus als eine krisensensible Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen, die von feministischen Emanzipationsbewegungen aufgezeigt werden. Und mit diesem Blick kann Antifeminismus als eine autoritäre Reaktion verstanden werden, mit der eben Feministinnen als Feinde und Schuldige der gesellschaftlichen Verhandlungen geschlechterdemokratischer Herausforderungen identifiziert werden. Das haben wir jetzt auch in den verschiedenen Beispielen an verschiedenen Stellen gezeigt. Genau. Und damit wird sozusagen so ein bisschen vermieden, sich mit der Herausforderung zu befassen, die Gleichzeitigkeit von, ja, vielleicht auch manchmal gegenläufigen Bedürfnissen, Interessen und Herausforderungen in Demokratien zu verfassen, gerade in Krisenzeiten. Und genau, diese Feindbildung ist eben ein leichter Schluss daraus. Jana Highholder bietet an Clarity in a World of Confusion. Ich denke, alle hier Anwesenden wissen, wie schwierig es ist, sich demokratisch mit diesen ganzen Confusions und Widersprüchen und Krisenerscheinungen zu befassen. Und ja, immer wieder um Auseinandersetzungen und ja, auch ein Verständnis der Konfliktlagen irgendwie zu ringen. Und ja, in dem Ausblick wollen wir uns auch noch mal für die Einladung bedanken, weil wir denken, dass so was für die Netzwerktagung hier ganz wichtige Anfänge sind, um eben den Herausforderungen der Emanzipation und der Demokratie wirklich zu begegnen. Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020